Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exoders. Ja, wir sind hier in der Brauerei und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ja, Penner an den Hut. Ach ja, oh. Muss ich mal jetzt gucken, wie wir hier vorgehen. Ich weiß, dass hier oben Slicks sind. Oh, nur einer. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie das geht. Muss ich mir den jetzt da drauflaufen lassen? Ich bin verwirrt. Also hier kann man chanten auf jeden Fall. Kommt der jetzt hier rüber? Ach, jetzt kommt er. Ich dachte, der wird jetzt nur da rumstehen. Nein! Komm wieder her! Ach, Moment, ich muss ihn einsperren. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Falls ich mich ein bisschen komisch anhören sollte. Ich bin ein bisschen verschnupft. War am Wochenende noch schlimmer. Aber jetzt geht er schon wieder ganz gut. Boah. Weg mit dir. So, das machen wir mal wieder auf. Jetzt können wir nach oben düsen und uns einen Furz holen. Mit diesem Furz können wir dann... Ja, ist ja okay. Können wir dann das Äuglein da unten kaputt machen. Und dann können wir den guten Glacken da übernehmen. Ich glaub, der Slick ist jetzt wieder da. Ja, natürlich. Dann machen wir da rippen mit Fetze. So. So, und jetzt können wir uns eigentlich den Glacken holen. Wir verpissen uns wieder nach hinten. Machen einen Quick Save. Und holen uns den Glacken. Ja, schau. Dass ich das direkt von Anfang an hinkriege, ne? Okay, wir brauchen... Wir brauchen hier gar nicht den Slick. Wir können mit dem Ding nach oben fahren. Das ist schön. So. Das war's. Ich mag die Musik hier voll, ey. Die passt auch halt so gut, weil dieses... ...hört sich so an, als ob man auf leere Fässer irgendwie so drauf... ...hauen... ...würde. So ein bisschen. Also es... Das hört sich so an, wie es hier aussieht. Okay. Das wäre dann hier... ...erledigt. Ach, das war mir so klar, dass wir hier hinkommen, ne? Aber es sind zum Glück nur vier. Aber wir können uns ja mal den Plan angucken. Okay, wir haben im Hub 1, 23 eingesetztes Personal... ...Äh, Stück. Zulag 4... ...und Zulag 2. Sehen beide sehr groß aus. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit der rechten Seite an. ...und dann gehen wir zu Zulag 1... ...und als letztes Zulag 3. Also 2, 4, 1, 3. So. Fangen wir hier an. Da, rein da. ...sagt mir jetzt nix. Sagt mir immer noch nix. Sagt mir immer noch nix. Sagt mir immer noch nix. So, langsam kommt was. Da haben wir... ...Flugslick-Action. Weiter runter können wir nicht. Da war ich dann doch ein bisschen zu nah dran. Ich dachte, das wird noch gehen. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ne, hier hab ich Quick-Safe gemacht. Okay. Du, 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 du. So. Ich wollte aber... Ich meine... ...die könnte mal nach unten fallen. Deswegen versuche ich... ...man kann auch wahrscheinlich runterfliegen. Ja. Okay, man muss runterfliegen, um... ...eine Schranke aufzumachen. Aber jetzt wissen wir schon mal, wir müssen da runter. Gut. Da können wir nicht hoch. Da können wir lang, da unten. Aber ich glaube, wir gehen erst mal... ...hier rein. Und gucken, wo wir hinkommen. Da hätten wir nix reißen können. Aber wir... ...könnten da nirgendwo hinkommen. Gut, gut. Kann ich noch einen Schritt gehen? Ich glaube nicht. Oh, da müssen wir drüber springen. Mit Anlauf. Haben wir geschafft. Nochmal. Das Vibrieren macht es nicht gerade einfacher. Okay. Ja. Wow, wie schnell ist der denn unterwegs? Alter. Der war ja instant an meinem Arsch dran. Wie geht dat denn? Ja, jetzt... Alter, der ist ja schnell, ne? Hier, der Junge. Okay. So, jetzt bitte zerstört euch nicht gegenseitig. Hilfe! Hilfe! Nein! Aus! Ich mach erst mal den ganzen Mist hier unten weg, ne? Nein, nein, nein! Geh weg! Puh! Okay. Die sind sehr schnell unterwegs gewesen hier. Weil der kam auch ins... ...im Bildschirm rein. Direkt keine Bewegung. Sie machen sein... ...macht... ...der macht seinen Job... ...sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich könnte sagen, warum ist da nur noch eine? Aber das macht schon Sinn. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Okay, da ist... ...ne Maschine. Okay. Das war's hier. Ja. Dann machen wir jetzt erst mal... ...bunten... ...die Schranke auf. Und dann fliegen wir da oben lang. So. Einmal Quick Save. Was war das für ein Geräusch? Es war ein Spawn-Geräusch. Oder ist das Geräusch immer da? Oh, das war knapp. Es war doch ein Spawn-Geräusch. Habe ich mich doch nicht verhört. Jetzt kann er uns gleich ja noch... ...unsere Schöten und Darken kaputt machen. Nein! So. Also ich muss den versuchen, auf jeden Fall da oben zu töten. Ich habe keine Lust, mir einen neuen zu holen. Achso, ich muss ja hier lang. Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Komm, verzieh dich wieder. Oder hole ich mir doch einen neuen. Ey, den muss ich bis hier vorne hinziehen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, wenigstens muss ich nicht mehr über diese ollen Minen drüber springen. Komm mit. Kommt der noch? Wollt der schon abhauen, der Penner. Gut. Dann machen wir jetzt nochmal einen Kubik-Safe. Okay. Das ist so knapp, ne? Links oder rechts? Ich meine, links wäre richtig. Ja. Oh, Moment. Alter! Okay. Okay. Das heißt, ich muss direkt rein. Mich nicht von diesem einen fliegenden Slick irritieren lassen. Und direkt den Hebel ziehen, sodass der quasi da reinfliegt. Und dann haben wir hoffentlich Ruhe. Also. Und jetzt kommt den Lehmann. Ja. Ja. Vielen Dank.